das wird schon wieder die drei stunden 44 wird ja schon wieder das ist weil wir um 19 uhr keine pause gemacht haben eingelegte champignons was ist denn das eingelegte champignons hat er irgendwas bei dir jetzt versagt bei mir etwas versagt wieso ja irgendwas stimmt hier nicht irgendwas war jetzt komisch ja ist ja okay oh ja dann mach mal weil das ist irgendwie das mit lecker das nicht in gefüllte champignons das kenne ich so riesen champignons heidelbeer und hopfen freigeschaltet samen stufe 2 heidelbeer und hopfen das lerne ich auch und das ist elektrische traps lerne ich auch gleich salat ich wurde salat in explosive magazin lernst du das lernst du das ist deins das ist deins und hier haben wir jetzt den tatatata messbecher super nice oder also ich kann bis verkohltes wildbrät das kann ich ja alles schon machen kürbisbrot ja toll für kürbisbrot oh gott was was hat das für nahe was was nährt das was nährt das weil wie viel hat denn so ein kürbisbrot dankeschön liebe greff ich das da nicht war das nicht so dass das irgendwo danke schön danke schön also kürbiskuchen hat gut das weiß ich es braucht viel obwohl es geht es haben wir alles kürbiskuchen es ist gut gegen was weißt du was man bei diesem spiel ein bisschen fehlt dass der zum beispiel auf die sachen zugreifen kann wie man schon aus den kisten genau das stimmt apotheke mache ich jetzt auch erst mal hier rein das ist ja schwachsinn haben wir hier nicht noch mehr apotheke oder hast du die ganze spritzen behalten nächstes apotheke kann der stoff da rein sand kann sowieso rein ich habe überhaupt keine spritze die nicht in der vanilla ja 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 da kann ich mich der stoff den du hier hingelegt hast mit rein wir müssen uns wirklich mal intensiv mit den mots beschäftigen was denn deine lämpchen hingetan oder eine küsse ich sehe schon dass wir hier eine hast und einen in der schmiede also in dem raum weiße hänge fahren so bin gestärkt t habe ich auch von mir aus können wir gehen ein moment gleich bei hier eine große ding ist muss man das moment dann bin ich da ein es 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 Ja, der steht aber scheiße. Na, lass mich doch mal verbrechen. So, sind wir den Kram auch los. Hier haben wir noch einen schönen Spritzbesteck. Oh, nicht behalte ich mal lieber bei mir. Nähkästchen, Nähkästchen auch hier. Das behalte ich bei mir. Ich habe schon wieder die halbe Apotheke. Ich schwöre es, ich habe schon wieder die halbe Apotheke mit mir. So, da bin ich. Ich glaube, jetzt hast du ja auch tatsächlich ein bisschen... Oh, das werde ich alles testen. Ich finde die sehr, sehr schön. Die machen tolles Licht. Ah, was machst du da gerade? Irgendwas hast du gerade an deinem Mikro. Ich habe meine Lampe ein Stück zur Seite geschoben. Das muss aber sein. So, okay. So, wollen wir los? Ja, wir wollen los. Wir müssen... Ja, jetzt kommen wir hier raus. Wir müssen, hast du den Schraubstoff, Dings, weil wir müssen Betten abbauen und alles mögliche. Wir brauchen Stoff. Wir müssen in die Richtung. So, wir haben jetzt deine Quest, ne? Oder was? Das fängt so. Du hast ja keine mehr, oder? Ja, nee, ich habe ja extra keine angenommen. Ja. Eine Quest noch steht bei mir. Ja, deine. Säubern. Säubern. Säubern sind nach meiner. Nee, ich hatte, glaube ich, keine andere Wahl mehr. Okay. Soll ich den hier auseinanderbauen? Ja. Nee. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht, oder? Du brauchst mechanische Teile. Nee, das habe ich doch schon längst gebaut. Wir brauchen Stoff. Stoff sind Vorhänge und sowas alles. Möbel, Zelte. Ich habe gesagt, du sollst die Schrauben für Betten abzubauen. Das meinte ich. Deswegen habe ich das gesagt. Weil wir Stoff brauchen. Weil wir jede Menge so Klebeband brauchen für Rüstungs... Guck mal, das hier zum Beispiel Stoff. Ja, genau. Schlange. Irgendwo eine Schlange, warte da. Ja, wir brauchen das Fleisch. Den Quest, meinst du, Grit? Ja, ich glaube, eigentlich müssten wir schon drüber sein. Ich weiß es nicht. Nee, aber ich nehme, wir haben jetzt keine angenommen, weil wir gleichzeitig annehmen. Also, komm, jetzt ist Schluss hier. Wird nicht rumgespielt. Aber hier waren wir doch auch schon. Ja, ist ja logisch. Das sind ja alles noch die, die... Na? Hast keine Lust zu der, oder? Doch, doch. Wir können auch gleich unten langgehen, aber wir gehen wie gehabt oben lang, ne? Toll, jetzt habe ich auch noch Hunger. Ne, ich habe mal ein Maiskölkchen. Deswegen bin ich so gegangen. Ja. Was machst du jetzt? Messer stechen? Ja, ich habe jetzt gerade mit dem Messer gemacht. Oh ja, gute Idee. Mach noch nicht auf. Bitte noch nicht auf mehr. So. Geheim leuchten. Irgendwas Kunst hier, keine Ahnung. Ja, da war wieder ein Tonfehler, ne? Aber, ja, aber... Das war sehr eigenartig. Hier ist ein Kochtopf. Ah, ja. Den habe ich vorhin auch genommen. So. Da ist ein Bauerhalter. Nein, Meister. Mich scheint, du magst den nicht. Das ist vielleicht aber nur subjektiv, meine Ahnung. Hier liegt ein toter Körper. Ich probiere mich aus, ich nehme alles. Hallo, jemand hier? Ist der toter Körper? Ich nicht. Blei. Sie braucht Stoff. Wo ist Schloss? Ah, Sessel. Oh. Ah, Musik kommt. Oh. Oh. wo lang wo bist du ja die couch noch den bogen also ich weiß auch nicht den bogen habe ich diesmal ist hier ja ja der hängt aber bogen benutze ich tatsächlich moment auch ja auch also am anfang ist das echt übel ja ja okay vor allen dingen haben wir immer noch mit diesen treten oben ja klebeband ist wirklich wirklich ach ja hier war ja das explodierte klo mal vorsichtig was man ist und stechangriff machen ja die ihn auch immer mitnehmen wie viel stoff brauchst du denn ja wir müssen diese also diese rüstungs dinger die macht man aus klebeband und staub so tag ist hier wer und wir müssen klebeband machen dafür brauchen wir stoff und klebe und so zeug ne klebeband habe ich gerade gelootet ja sehr gut das war ein klamotten dings scheiße ergonomischer das ist deins das ist eins ist meins ja wir müssen hier noch die leiter hoch wo dieter ich hab die das ist meine den habe ich schon den kannst du lernen den hier was ist das ganze brechende munition das musst du auch lernen das musst du auch lernen das ist knife guy das musst du auch lernen ich hab nur zeug was du lernen musste aber echt jetzt so sehr schön der geht noch leiter hoch lebstoff lebstoff sehr schön sehr schön 1 2 hopp ach das war ja ja genau das war ja das wieder ich will auch mal messer probieren ist das gar nicht schlecht boah hast du gesehen ja aber du brauchst ein anderes messer wir müssen dir mal eins machen ne oder meinst du nicht ach guck mal da haben wir noch ne kerze ähm und noch ne kerze sehr schön und hier sind vorhänge guck mal ja so hat sie oder wenn man die dinge hier auch mitnehmen diese statuen dinge ich sag jetzt nicht wie die aussehen ja das gemeint ist wirklich widerlich das absolut abartig was ist denn das schlagmann band 2 hast du das schon gelernt weiß nicht dann 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 das war ein selber guck mal hier warte halt äh 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 ja hab ich gelernt ach schon kannst du lernen ähm ja fertig abend fertig ja so 2.000 kann man auf jeden fall glaube ich ach klinik 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 wahrscheinlich so los lassen unser fahrrad holen wir können das fahrrad nicht holen warum nicht momentan guckt 21 30 vor der tür mit dem briefkasten noch länge gemacht man macht dann für dich ja es dauert zu lange wir haben hier noch 21 macht dazu glaube ich ja es ist viertel vor das kacke lebeband ist jetzt der heiße scheiße ja ohne witz weil dafür davon brauchen wir echt dann können wir uns so eine assassinenrüstung bauen und so ich muss mir gerade mal ein bisschen was am essen hinter hauen hallo was ist das hier baumarkt ja ja komm wir gehen hier rein jetzt mal ein bisschen ich bin voll auch schon wieder das macht nichts die macht nichts klar ich hab nichts zu trinken das und das bist du hier du musst schon was sagen das weiß ich will bis man bekommt einer der uns folgt immer schön ins klo gucken ich gucke nicht los ich bin das feld hier vom ja ja du kümmerst dich schon drin ja ich höre mir nur mal ach so da wo kommt er irgendwann raus wer kommt raus ich hab besucht und zweifach wo ist denn der wo ist denn der ach da da kommt noch einer oder ich bin schon total über links hier ich hab nur papier bis jetzt papier ja im klo war leider nur papier lokus gucke doch mal in den lokus genau mit 18 überladen bin nur mit 9 überladen da überhaupt nicht jede schnecke schnecke ich kann nicht mehr mitnehmen was kannst du nicht mehr mitnehmen ja ich bin voll was schmeiß ich jetzt mal weg hier er hat es aufgehoben er hat das gras aufgehoben was hast du damit ein problem dass ich jetzt hier gras aufhebe oder was nein alles gut alles gut alles gut oh mein gott die ganze zimmerpflanzen die solltest du mitnehmen ich glaube wir müssen erstmal nach hause war ich habe keinen einzigen platz mehr frei ich bin jetzt mit 15 überladen da geht noch was warte doch mal ich bin doch noch gar nicht fertig ja mach mal da kommt da jetzt auch keiner was ist das hiltsam wir sollen abteilung ja kein platz dann schützt mich wenigstens mhm ah hier ist nur zeug ne guck mal flinzen oh da ist jemand wir gehen noch sechsmalen wenn wir tanzen brauchen da kriegt was auch nicht was zwei stück hast du ich liebe das ja manchmal ist das ganz cool mit dem messer oh ich liebe das stell dir vor du hast ein richtiges was ist denn ja ich habe ich hatte das ja schon öfter mal geskilled also ich habe machetiges geld gehabt und so da ist der hauptblut aber ich will nicht da reinkommen kommen wir sind zu schwer wir können sie auch gar nicht mitnehmen wir sind so schwer jetzt der problem wir sind ja ich liebe dieses messe rosten jagdmesser ja ich weiß ich hab dir das vorhin habe ich euch noch erzählt ich wollte ja ja das geben was ich habe aber das wollte sein nein ich hatte das vorhin ich habe das total verdrängt jetzt kriegt es nicht mehr jetzt möchte ich auch nicht ist es in ordnung ich kann damit umgehen ja wo wohnen wir denn das ist bahn buch bücherscheune da sollten wir vielleicht mal reingehen ja sollten wir das wäre gut was macht schon laune na ja hallo stiernacken auch da bist du ja was münder zu kleben wenn das so zarte stimmchen wer was da kommen nur schöne sachen raus also bei mir bei mir nicht nein wo bist du hast ja schon wieder rücken ja also ich bin nicht mit 18 überladen ich will denn 16 da bin ich nicht mit einverstanden das ist mir sowas von scheißegal unbedingt pv anmachen oder pv linksbombs nein nein doch alles schon gut so wie es nein nein hallo guten abend der morgen ist horde halt also das finde ich aber nicht witzig ich wohnen wir hier ja ja diese frau wirklich ich weiß nicht was ich verbrochen habe aber irgendwas wird es gewesen sein das war heute alles etwas anders geplant wir mussten leider kurzfristig umdiskunieren weil wir waren ja auf dem server drauf ja leider hat der server wollte der manu nicht das ist einfach der springende punkt du kannst es nicht leugnen er wollte dich einfach nicht ja 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 so war es die frau ne da kommen nur mutz rein her im himmel ich brauche eine einlager kiste wer kauft ja eine gewöhnt sich an die preise nein das ist weg das kann auch weg aber sein was kann ich jetzt da oben rein überhaupt was du möchtest das sind alles bücher die du lesen musst ich habe die bücher schon längst gelesen der server kannte manu wohl schon von früher ja und eigentlich hätte der dann ja dass ich freuen müssen aber ja es ist ganz anders wenn ihr keine horden basis habt dann schlage ich euch ein turm oder einen industrie tank vor der tank hat schon so sehr gute dienste gleich sind alternativ ja was alternativ macht manu das alleine passt ja mich deutlich bist damit nicht einverstanden das machen wir sagen nicht modi zu mir sonst hast du gleich eine kerze auf was für bespricht nichts hast du nicht halten wieso ist denn hier noch schmuddel wasser das tun wir mal hier hoch ich habe ja auch noch wasser bei der frau weiß man nie wann man wieder morgen tag 10 hat der händler neue ware vielleicht doch etwas für den tausammler ja wenn man dafür kriegt wir haben doch geld ich habe unser ganzes geld für deine zwei laternen ausgegeben ein bisschen was haben wir schon mal auf otter oder nein muss eigentlich unser otter reihe otter mann nicht das bleibt mit der lieben mann ja andré warum lachst du dabei immer ich lache er was ich weiß nicht was ich davon halten soll das ist ganz normal bitte ganz normal so was ist das hier okay okay also mit leid tritt ist ganz gut warum hat eigentlich mein büro kein licht weil es dein büro ist das ist nicht freundlich jetzt habe ich ja nie behauptet ist sehr gemein ja das tut es warte mal drei vier sechs acht warum ist das eigentlich hier mehr so dauernd so nebel ich schaue lieber zu anstatt irgendwo weil mit über mit zu spielen ja wir wollten den server nur machen weil eigentlich das mit dem host immer auch rücken verursacht da er sei okay ich mache dir dann wieder hin wo die war die andere was was meine kerze geklaut neuernd so wieder hingemacht eine kerze könnte noch auf den kamin oder ja aber wir haben nicht genug tierfett und das tierfett brauchen wir zum kochen kerzen finden doch so wo ist der wo ist der nähkrempel warum hängt hier eine kerze da wo ist der nähzeug brauche ich da okay also was wir brauchen sind rüstungsteile brauchen wir auf jeden fall schon mal so lass mal gucken also okay wir fertigen die jetzt einfach schon mal was fertigst du rüstungsteile wozu für rüstung wir haben doch rüstung an nein haben wir nicht rüstungs fertigungs paket mache ich gerade fertig vor dem kamin steht eine kerze auf dem boden kann man die wegnehmen die kann man nicht wegnehmen du kannst mal du kannst mal an die werkbank gehen und unter rüstung also da wo t shirt ist gucken welche rüstung du willst also ich nehme auf jeden fall die assassinen rüstung weil die finde ich richtig nice das ist das was dings gesagt hat ja genau ja die sieht auch mega aus die andere erinnert mich auch so ein bisschen an dune der wüstenplanet beziehungsweise die assassinen die erinnert mich auch so ein bisschen also die ist cool musst du nun mal gucken also noch haben wir nicht genug zeug zusammen wir müssen noch rüstungsteile ein bisschen sammeln aber so lange sollte das nicht mehr dauern bis wir das zusammen haben ich bräuchte auf jeden fall mal ordentliche schuhe ich baue das wenn wir das zusammen haben noch so ist es nicht soweit aber also wenn dann will ich auch alles zusammen machen dann warte mal das sieht doch gut aus was ist das denn jawoll prediger ja das sieht alles scheiße aus die sehen cool aus ich finde die rüstung finde ich was cool kommando ja assassine würde mir auch gefallen ja dann nehmen wir die Preacher also der Prediger ne ja gut wir werden noch ein bisschen wir werden noch ein bisschen sammeln ne und dann wir können zum Dings komm warte ich will jetzt mein Fahrrad holen warte ich tu das mal eben da rein warte du warte 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 nimm mal geld mit was geld was für geld also was für tau sammeln holen müssen ja ich erinnere dich an die allraune was ist mit der raune du hast hast die hast ihr die die haare ausgerissen so nein ich habe sie ganz rausgerissen eben das ist ja noch schlimmer was sie ermordet und wer hat dann gesessen und bekommen heute ist das tag 9 also gut hat der händler kein wieso rennst du eigentlich immer so vor ich bin da hier nicht die eiche was weil du gelbsäcke tragen muss 9 mm fertig zeitschriften oder schroth money das ist auch eine schrot ich habe keine ahnung mit der kann man keine horde großartig machen weil ein schuss da bist du ja 50 jahre beschäftigt aber 109 mm kannst du haben ich weiß gar nicht wieviel schuss die eigentlich passt es ist auch eine einer also die ist echt oder ich nehme zeitschriftenpakete nehmen wir gar nicht machen im zeitschriftenpaket oder molotov cocktails ich kann ich kann mit den dingern irgendwie umgehen also ich stecke mich selber in brand ich könnte auch sammler nehmen nein ich nehme natürlich das fahrrad was für ein sammler ich habe einfach ein sammler was ist das denn herrn himmel das wirst du doch dann sehen das ist ja wohl das ist ja nur scheiße rohrbombe molotov cocktail kultes wildbrecht pflaster steiner holz ich glaube der stimmt also aus der steine ich nehme jetzt holz ist denn ein sammler aus kein fahrrad ganz laufen mini 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 rad so jetzt hier hast du der sammler gehört in den tausammlereien an das rote öffnen ja und dann gucken ob der ach siehst du ich hab mir das ist erst morgen hat denn der händler reset weiß ich nicht ich weiß ja nicht was der vorher hatte muss mal gucken ich habe ja noch nicht in seine wahre gesehen also ich weiß es tatsächlich wo steht denn da wieder auf für den tag 10 also morgen also hat er noch nichts die data war ansonsten was du bist du nicht abgestürzt denn hat vielleicht was ja da will ich ja hin aber sie kommt ja nicht in poschen weiß ja doch die lichtzeuger für straße das ist schön und zwar essen 5 meis mit das roh geld wird ja auch immer älter ich weiß ja ja ich gott sei dank ist es bald vorbei noch zwei stunden drei stunden jetzt habe ich nicht zwischen nein mein mein älter werden dann fahr mal vor das fahrrad ist aber cool das ist ja wohl mega cool das ist schon das ist so ein wichtiges ding spike ich habe vergessen ich heißt ja sowas in der art nicht du mal nein 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 ja bitte du bist jungspund ersten hier in kummer hier warum nimmst du das dann nicht mit dir was das komplette zelt das sind die mit hier war die die das war das war schon nicht schlecht also aber auf jeden fall zeugs drin ich werde an den anderen tagen auch alter die ignoriere ich sag mal ab hallo 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 das zelt ab nächstes leer alles er war das zelt ab du brauchst den stoff hast du gesagt packst raus und los geht's warum muss ich jetzt das zelt ab bauen weil du stoff brauchst ich hätte auch oben angefangen es wäre besser gewesen möchtest du weitermachen nein aber wenn du unten abbaus fällt alles oben zusammen ja ich habe heute geburt du hast was zischt hier ein gelber freund er kommt er kommt ja das rüber gesprungen mal drum ne er haut dich gleich nimm das messerchen und immer wenn du jetzt nicht den backen hältst und immer in den kopf von deinem haar drunter oh schön guck mal wie gut sie jetzt weiß ich nicht also ich habe die geborenen führungsqualitäten da glaube ich auch so kaum gefahren die geborenen führungsqualitäten ja ich glaube auch so ich habe hier übrigens noch nirgendwo unten in den Reh gesehen dafür hast du aber so einen komischen links auf dem rücken ich habe Durst ich habe bestimmt nichts bei ich hätte was für er doch nein danke ups jetzt bin ich verschrecklich gegen den baum gefahren na sowas wollte rücksicht auf dich mir hat es nie als du vom himmel gefahren oh mein gott ja da bricht sogar der zombie kilometer ach so nur bei nacht okay aber ein bisschen fleisch werden wir noch brauchen er hat probleme die sind schon cool hier könnte man auch wohnen schön im grünen oder ja den mondzug machst du dann alleine ne ach komm ne no way das ist auch ein schönes haus schön gelb schön abgelegen vierer super ich jage auch bei nacht im schnee da bekomme ich jede menge fleisch ja ja das fahrrad ist wirklich also also wie sie wie sie fleisch das kann sie nicht das ist ja dann gehst du ja ich kann nicht mal der witcher spielen also was soll ich jagen ja aber dazu muss sie müssen erstmal die wüste finden damit überhaupt also die die neuen räder gefallen richtig gut ich kenne die ja noch gar nicht hast du auch schuhe hinten drin hängen ja klar dass man irgendwo bei neben zwar gesehen aber selber haben wir noch nicht auf den neuen bikes gefahren finde ich cool jeden fall man ist auf jeden fall schneller unterwegs ja mal gucken ob wir die autos hier looten können die auto nicht aber ich habe ein weiz 1 1 meist mehr gefunden da machen wir heute da so weit weg wir sind fast 1,2 kilometer weg von zu hause weiß nicht ist nicht gut weit weg so weit weg ok wenn du das sagst du wirst schon recht ich werde mich unterordnen so wie ich das hab ich das gehört oh mein gott habt ihr das gehört ja haben sie ja bin ich auch er war richtig das glaubt ihr müsst bei jen keine quest an dem ihr könnt auch bei rekt zweier quest annehmen wenn wir machen halt nur auf und mal gucken was die hat ich habe ja die ganze kohle noch bei irgendeiner hat das wetter abgeschaltet ja wollte das nun überfahren hat aber nicht geklappt ja was ist das eigentlich doch was da jenna war was ist das hier im im dingegebiet 400 meter verbrannt ist auch shit oh ja jetzt sehe ich es auch das verbranntes gebiet ja nee ich bin ja noch nicht mal im verbrannten gebiet wie weit hinter mir bist du denn ja was soll ich dazu sagen ja was hast du denn gemacht ich fahre ganz normal was das verbrannte gebiet ich finde das so gruselig super wildschwein also mir ist es halt auch ein bisschen zu düster weil halt gar nichts grünes ist und so weiter das ist so ein bisschen ich versuche zu jen zu kommen ich finde schade dass man nicht wieder aufforsten kann im verbrannten bist du schon dort ja es weiß dann finde ich auch schlimmer auch wesentlich ist ganz katastrophe aber das stimmt übrigens nicht das auch schade dass man das hier nicht aufforsten kann ich habe auch schon mal am anfang hier die bäume und baum weggekloppt weil ich gedacht habe man kriegt irgendwie so er hat man eben hier so eine krüppel tiefer keine ahnung nein das ist scheiße wenn das ruckelt und nicht mehr dauernd von mir mit deinen einstellungen zu tun haben ist welche auf dem sack kriege weil das kann ja nicht mit meinem spielstand zu tun nein das kann natürlich nicht mit deinem spiel dann natürlich hat das mit einem spielstand zu tun mit meinem spielstand man darüber nachgedacht dass ein rechner nicht stark genug ist das kann aber nicht sein also das von der leistung her kann das nicht sein ja ich wieder den hole ich jetzt nicht wo ich krieg was wir können die kann hier ist ein top dein ernst wie können die madame holen den gedruckt zeit schlechten nämlich merci ja 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 was hast du alles schönes wo hast du was das kann die frau gucken ja ja wenn du mir das geld da lässt ja wenn du reinkommst ich lute ich wohne hier wo bist du denn container hast man container müll container ja ich wollte dir das damit ich in luft holen kann ja komm doch ums haus rum so schwer sein kann ich auch hier hinten rein ja ich gebe dir das gleich ich muss das jetzt oder was ja klar ja ich lute hier noch ein bisschen mache über die tür zu du musst ja sowieso abnehmen noch ja ich bin schon wieder mit sechs überladen was willst du eigentlich von mir will einmal ganz viele bücherchen für dich ich bin das level ab so gruselig ich habe morgen hauschen plan nein absolut nicht sie hat mir ja nicht geantwortet das ist leider ein großes problem wir haben was denn wir haben ein ein kommunikationsinteraktionsproblem was machen wir jetzt so was haben wir denn hier schönes ich glaube wir können auf ein gammelsandwich verzichten oder ich würde sagen oh warte was ist das denn hier noch ein paar schlappen die gehen nicht aber hier ist noch kleidung wäschekorb so okay das 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 auf was können wir denn noch das einzige was ich könnte das geld verkaufen was hast du dann bist voll oder was nein kommst du darauf was kann ich so lange machen wenn ich nicht also eins nicht ne warte oh da hatte ich welche du kannst du auch noch was ins fahrrad stecken ne ja könnte ich ja nur mal da passt ja auch noch was rein ja du könntest aber auch noch mal reinkommen ja aber ich bin auch voll oder was meinst du ja ja klar natürlich komme ich noch mal rein aber wie gesagt ich bin auch schon pass mal auf ich packe jetzt lauter bücher in diese das sind nämlich alles deine bücher ich werde jetzt auch noch was ins fahrrad packen das nehme ich mit ich habe nämlich auch noch bücher die packe ich jetzt mal in der grünen in dem häuschen hier in der hütte sind in der grünen kiste bücher drinnen die du lesen musst was noch mal bitte ja das mal ganz fantastisch hier in dieser holzhütte ist eine grüne kiste da kannst du deine bücher lesen ja da ich mal ist nix glaube ich habe dann alles gelootet was hier ist bei ihr ja cool also drinnen noch nicht aber hier draußen glaube ich habe ich alles so was ist das 158 auch hier war sie auch noch nicht drinnen oder warst du hier schon drinnen ich habe nur erstmal bei ihr abgegeben ich habe nichts weiter gemacht ja ja alles muss man hier selber machen mehr ist da noch nicht passiert das lerne ich das lerne ich tatsächlich auch hallo so wo bist du jetzt also ich habe wie gesagt vorne ins fahrrad jetzt auch noch bücher dass eine graue hütte braune hütte an ihrem da ist eine grüne kiste da ist eine grüne kiste drin kein am kasten die zeitgremse ja mache ich hallo schnuckelchen naja ja ja komm mal her ich habe auch was für dich will sie mal bandskasten gemüse eintopf oder fertigkeiten zeit ich weiß es nicht nehmen das zeitschriften paket glaube ich ja nehmen wir so hatte mal ich will bei dem man auch ganz kurz geld loswerden war bis denn da verkaufen so thanks for the business so aber bitte mit ich weiß man die heißt man was für ein kacke wetter ja hier holz kreuz dem holz links bums grüne kiste hatte mal kann ich dir das ich weiß nämlich nicht was da drin ist ich kann es leider nicht aufmachen ach so ich habe ich hab den wiki jamie sie heißt grüner pumucke mit wollstreckenmütze auf dem bestellt robotik das sind zwei bücher für dich hier ich tue die warte ich tue die nick in die kiste wieder rein auf die ich nicht zugreifen kann ich mal raus ich kann jetzt robotik selbstgebauter stadt auf stufe irgendwas auf stufe irgendwas so wollen wir jetzt hier nach hause fahren ich wollte gerade na klar also manchmal habe ich lichte momente wo willst du denn hin unsere fahrräder sind hier also mein zumindest hier ich kann mir von dem drop naja du kommst ja vom drop aber du nimmst mich jetzt mit und lässt mich nicht allein im regen bitte nicht ich hab jetzt hier auf der straßen schüler ich komme da nach hause ich würde sagen wir fahren jetzt erstmal straßen da müssen wir nach rechts irgendwann rechts weg ich lute jetzt auch nicht mehr versprochen ich hab ja du kannst auch gar nicht eigentlich mal die autos nein wir fahren vorbei und die straße geht aber nach links weg na ja wir müssen jetzt hier mal durch steck mal ich hänge an deinem aus wollen wir da wirklich hin nein also mir geht's gut mir geht's gut etwas geschafft jetzt aber gut mir geht's auch gut noch eine stunde und 52 minuten dann habe ich endlich geschafft das wasser auf die schwimmen aber in mein fahrrad ist was drin das geht ja ja kommen wir nicht schon klar nun klar sie ist überall wasser dann ist das maßen rum fahren war ja er geht ja nicht anders kommen wir da vorne rum unser bett ist da wir müssen in die richtung wir haben ja ja na gut dann fahren wir da so lange hat sie noch geburtstag und dann ist ihr geburtstag vorbei gott sei ich gedank gepriesen und gepfiffen und dann darf man sie wieder verhauen es traut sie sich da würde ich jetzt nicht drauf hätten aber ich und ich würde sogar gewinnen das glaube ich dann ist sie alt genau hier sind wir schon wieder im grünen das ist ja schon mal was wette ist nicht besser aber wir haben heute für also dafür dass es so bescheiden angefangen hat dankeschön dankeschön ja das hat richtig und jana das sind so schöne namen ja ja wir haben wir schon alleine kannst du sagen anderthalb stunden oder noch zwei stunden schon drüber ja 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 ich war ehrlich jetzt wir müssen uns das unbedingt noch mal angucken ja ich musste aber mal was trinken war zum beispiel muss man eben stopp stopp wo denn meis dankeschön lieber jens und da ist ihr lieber karl heinz und aus vier nacken dankeschön ich habe es bald geschafft so und noch mais kolben sagt man muss wirklich absteigen um das zu benutzen machst du essen wo bist du hinter mir oder vor mir vor mir aber nur ein paar meterchen noch ein kolben ich finde dieses bremsen von den fahrrädern sogar ja bei mir läuft 100 prozent regen ok straße du kannst es auch mit fahrrad machen schnell fahren und unten und wie bei subsistens einmal das erspart mir echt die daumengrätsche ne ja 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 du weißt ja ich krieg ja mal probleme dann ne das schaffen wir nicht mehr mir ja schon alles erreicht vorhin er bestimmt schon die ganzen pressmaschinen wenn wir schon eigentlich haben wir schon um 13 uhr angefangen das heißt ja ja wir haben um 13 uhr angefangen wenn du so willst also wir sind seit 13 uhr live kann man schon so sagen ja seit ein uhr das sind schon fünf sechs sieben acht neun stunden schon hatte mal ich könnte ablesen neun stunden 21 ja reicht mir dann auch tatsächlich ja ja die horde ich hatte ja aber dass das schaffen wir nicht ne bei mir ist die konzentration die ist schon auch jetzt hin ach du bist ja auch mimimi ne ach du wolltest eine vernünftige abenbrot pause machen und als ich sie machen wollte nie nie da hatte ich eigentlich noch gar keine das hat das ändert aber nichts daran da wäre ich jetzt trotzdem tot tcg was ist tcg tcg ich habe gerade viel zu viel für schrott bezahlt ouch ouch in karten in karten shop das was ist das denn was ist das denn was geschafft wieso ist jetzt hin rücke doch nicht auf ich komme in die stadt und schon rücke jetzt guck mal bitte auf der auf denen auf dem bildschirm ist da ist das aber bei mir läuft das ganz flüssig also wenn das jetzt an meinem rechner oder so liegen würde dann müsse ich ja auch spiele karten laden ok ja grad das stimmt ach so ein ein karten das so als deutschland auch absoluter meister ich bin ja normalerweise so simulation die meisten simulation spiele ja sorry jetzt habe ich unseren sauen kaputt gefahren ähm 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 äh 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 ähm äh äh ähm ähm äh 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 und hier natürlich auch ein wunderschöses Wochenende wo mein Rechner der keift alter Schwede ähm und zwar aus dem letzten aus dem aller allerletzten Loch hier ja ej 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 Jetzt kann man Bäume pflanzen. Ach ja, Weibrain-Simulator. Ja, Bäume kann man auch pflanzen. Das war's. Das war's. Okay, ihr Lieben. Ich habe ausgeräumt. Hast du alles gefunden, was du wegräumen wolltest? Was ich wegräumen wollte? Ich lasse das jetzt so. Ich habe nichts groß im Inventar. Das lasse ich jetzt hier so drin. Wenn wir dann die Horde machen. Ja. Wann machen wir die denn? Nächstes Mal. Ja. Ich weiß nicht wann. Keine Ahnung nicht. Ich habe jetzt sechs Tage gestreamt. Also ich denke mal, nächste Woche wird eine normale Woche. Ja. Weil das ist schon ganz schön anstrengend. Gerade wenn jetzt neue Spiele dazu kommen, wie jetzt zum Beispiel Witcher. dann ist das schon für mich ganz schön anstrengend. Ich werde ja halt auch nicht jünger, ne? Muss ich beide mal so sagen. Leider so. Gut, ihr Lieben. Ich gehe schon mal in den Endbildschirm.